Also ich darf mich kurz vorstellen, Sigrun Mager-Brändli ist mein Name. Wir sind auch bei mir daheim in meiner Werkstatt in Lothra und ich möchte euch ein Kind sagen, was für ein Modell oder was für ein Kleider man dieses Jahr bei der Bregenzeit-Festspiele zu der Öffnung dreht. Wenn es um das Thema Festspiele geht, ob man jetzt auf die Öffnung geht als Gast oder als Zaungast oder sich Madame Butterfly auf der Seebühne anschaut oder eines von den Theaterstücken, da überlegt man ja immer lange hin und her. Besonders als Frau, was zieht ihr an? Ist das ein langes Kleid? Ist das ein kurzes? Muss das ganz etwas Edles sein, wie man es zum Beispiel von einem Motorradball kennt? Was ist denn da aus deiner Sicht der Trend? Ich denke, es gibt gar nicht wirklich einen Trend. Ich glaube, dass sich da jede Frau, die auf das Event geht, will sich wohlfühlen und will, weil es etwas Besonderes ist, sich auch Besonderes bemühen, sich zum Anlecken und sich wirklich gut zu fühlen. Und deshalb glaube ich nicht, dass man irgendeinen Trend verfolgen kann. Wenn, man sei ja kein Trend, denn wir wissen, es wird 2, 30 Grad her, es wird Warmwäder, dann sind die Kleider vielleicht eher ein kleines luftiger und duftiger und ein kleines lockerer, geschnürter, wie es einfach irgendwie auch ein kleines Temperatur passt. Gibt es irgendwelche Farben, die jetzt dieses Jahr besonderes sind, gewisse Muster oder Materialien? Wir haben ganz viele blumige Kleider eigentlich gesehen und auch viele sehr leuchtende Farben. Was ich schon feststelle, ist so, dass dieser neue Pinkton und diese rosa Töne wieder ganz viel gesehen werden und auch heiß geliebt werden eigentlich von der Frau. Das tut dem Teil gut und sieht alles fröhlich aus. Du hast gesagt, das ist ein luftigeres Modell mit dabei aufgrund von den sommerlichen Temperaturen. Ist das von der Länge her, sind das lange Kleider oder schulterbedeckt? Wie sind da die Schnitte? Ist da was ganz Ausgefallene so mit dabei? Natürlich sind alle ausgefallene Sachen auch dabei, aber ganz viel sind einfach die Röcke, sind ein bisschen flatterig und duftig. Das ist auch angenehm, wenn es so warm ist draußen und es ist edel, elegant und fein. Es gibt viele Blumen, weil Blumen ist einfach auch ein Sommerthema, Festspiele sind im Sommer und es macht einfach auch glücklich, wenn man sieht, dass man Farbe tritt. Dass es nicht alles als schwarz ist und alles als dunkel, sondern irgendwie auch bunt und so. Ich glaube, funktioniert da die Festspieleröffnung. Muss es denn unbedingt ein Kleid sein oder kann man da auch mal überlegen, was Ausgefahrene ist? Man kennt manche Frauen ganz gern in Tracht zu den Festspielen, sei das jetzt das Dirndl oder vielleicht die Bregenzerwelle der Juppe. Tracht ist alles schön. Das ist ein ursprüngliches Kleidungsstück. Das hat eine Geschichte. Das passt immer. Ich komme auch eigentlich aus dem Metier. Die Dirndl ist auch etwas, was einfach auch zu Vorarlberg gut passt und zu dieser ländlichen Gegend. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendwelche Grenzen gibt. Da kann man sich ein langes Kleid holen oder tragen. Man kann genauso ein Jumpsuit machen. Man kann eine schöne Hose schon als Oberthold tragen. Es ist einfach irgendwie auch, was das betrifft, komplett zwanglos. Um Ideenreich darf man ruhig sehen. Es ist ja eigentlich eine Veranstaltung, wo sich jeder, der eine geht, wohlfühlt und sich auch interessiert für diese Stücke und für Bregenzerwelle, für das, was passiert, auf der Bühne. Und deshalb, glaube ich, ist der Freiheit, sind da keine Grenzen gesetzt. Kann man sich da vielleicht auch dieses Jahr von den Stücken in Bregenz inspirieren lassen? Natürlich. Ich meine, das japanische Thema oder das asiatische Thema ist sicher ein ganz tolles, wenn wir schon etwas an die Muschel denken von den Kirschblüten und so. Gibt es natürlich jede Menge und auch Sibirien, was eigentlich das Opernstück ist, lautet viele Möglichkeiten dazu, wo man sich eine kleine Tasche an die ganze Sache kann. Eine Frage, die sich jetzt viele sicherstellen, wenn es jetzt um das Thema Wetter geht, wenn es so schön warm ist, wenn man da auf dem Festspielfahrplatz auf der Seebühne ist. Wie schützt man sich elegant gegen die Sonne? Gibt es da irgendwelche Tipps, wie man so den Hut, welchen Hut man da zu einem schönen, eleganten Outfit da am besten kombiniert? Ja, ich denke jetzt gerade, bei der wirklich, bei der Wärme bietet sich einfach ein zarter, feiner Hut an, der einen kleinen Schatten spendet, Luft durchlaut, damit es nicht zu hoß wird unter dem Hut. Und ein Hut ist einfach immer elegant, sieht total nobel aus, passt zu fast allen Kleidungsstücken dazu. Eine gute Empfehlung, ein Hut bei 32 Grad und Sonne hilft gegen den Sonnenstich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017